Und willkommen zurück zu Tür Nr. 6. Jedoch muss ich noch etwas zum gestrigen Türchen sagen, da uns da ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Die richtigen Lösungen haben wir zwar besprochen, bei der Programmierung der Seite wurde dann aber eine falsche Zahl als Lösung eingegeben. Heißt, dass eure in Wirklichkeit richtigen Antworten als falsch ausgewertet wurden. Deswegen setzen wir diesen Tag nochmal zurück und ihr könnt die Fragen für Tag 5 noch einmal beantworten. Ich hoffe ihr verzeiht uns dieses Missgeschick. Im Moment machen wir nämlich jedes Video immer kurz vor der Veröffentlichung, da uns sonst die Zeit dafür fehlt. Jetzt aber zu Tag 6. Heute geht es um... Toot Adventures. Frage 1. Wenn man die Quersumme der Geburtstage Tag und Monat der beiden Gründer als Minecraft zusammenaddiert, welche Zahl erhält man dann? Frage 2. Jetzt wird's noch einfacher. An welchem Datum haben sich alles Minecraft und Toot Adventures zusammengeschlossen? Frage 3. Bei welcher Sekunde ist Kevin in der Minecraft Animation Get Down von Toot Adventures zu sehen? So, das war's auch schon wieder. Wie gesagt, heute habt ihr nochmal die Chance auch die Fragen aus Türchen 5 zu beantworten. Also geht auf allesminecraft.de und öffnet eure Türchen. Einen schönen 6. Dezember euch allen. Ich hoffe ihr habt eure Schuhe geputzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020